Nach zwei Siegen der deutschen Nationalelf ist Deutschland nun doch noch im Fußballfieber. Das scheint auch bei den Lohris angekommen zu sein. Auf ihrem Twitter-Kanal ist wirklich nicht zu übersehen, dass die beiden voll im Thema Fußball sind. In einem Tweet schreiben sie, wir überlegen gerade wirklich, ob wir super spontan eine Nice-dass-du-dabei-bist-WM-Version zu machen. Den Fans der beiden gefällt das auf jeden Fall. Doch viele ihrer Anhänger würden sich auch auf einen eigenen WM-Song der beiden freuen. Ob es wirklich dazu kommt? Bei so viel Euphorie sollte das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein.